Ist Agurin überhaupt da, oder? Ich dachte, man könnte halt Agurin dazu pressen, dass er jetzt ins Team-Spiel kommt, weil wir sonst scheiß Bans haben. Nö, da banne ich einfach, was ich will. Wir haben Klick gesagt, Galio. Ja, Schmolder, oder? Also ich finde Schmolder, weiß ich gar nicht, in der Emel ist ja scheiße. Wir reden lieber Galio, lieber Kassadin. Kassadin, right? Hallo. Hi, Agurin. Hallo. Er schreibt auch Kassadin. Moin, Agurin, ich grüße dich. Wie geht's unserem Ex-Inka? Imka. Oh, 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 oh. Gemein. Also, das war liebgemein. Du warst letztes Mal nicht da, ne? Oh nein, das geht wieder los. Die Fliegen sind so zu früh, was? Was? Hast du zu früh wieder in die Kälte gelassen, oder wie? Ne, die, also es ist normal, dass man die im Winter draußen lässt, aber die haben es nicht überlebt. Oh. Well, scheiße, Bro. Was machst du jetzt? Ja, wir holen uns in ein paar Tagen neue. Ich erwarte dann wieder Insta-Stories, ne, sobald die da sind. Ja, ja. Das ist jetzt cool. Ich hab den Honig tatsächlich gegessen, war mega lecker. Ja. War wirklich lecker. Da hast du auch Brot drauf geklatscht. Danke dir, Mann. Mhm. Ey, wollen wir jetzt noch Kassadin bannen, oder wollen wir noch was anderes bannen? Ich möchte mir einreden. Warte, 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 warte mal. Gibt's... Ist nicht der... Warte mal. Ist nicht der Mitglied von den Galio-UTP? Ich hab's gehört, Brücki. Ja. Wir haben... Galio is scary. Er wird lieber Kassadin haben als Galio bannen, und dann bannen wir Kassadin. Und seitdem bin ich sehr süß. Ich glaube auch, gegen Galo sind wir von der Draft-Idee her recht fein. Weil die haben Javan gewahrt, dass der eigentlich... Das sind Ex-Teammates von mir, ne? Ja. Ist Striker the best. Das bist basically du und viel schlechter. Ich glaube, wir locken hier einfach Nautilus. Ja, bitte. Dann haben wir gegen Bröki gewonnen, sogar. Aber die spielen einfach Tahm Kench dagegen. Weißt du, wirklich das Gute ist? Hab ich vergessen. Was pickst du, wenn die Tahm Kench picken? Äh, Varus oder so. Oh ja? Ja doch. Geht das noch? Ja, ne? Ja, ja. Ja? Das gibt's Gutes. Ja. We're about to find out. Äh, soll ich schon picken, oder? Weil ich... Ja, pick ihn, oder? Ja. Was denn? Varus? Varus, ja. Dubi. Ewig nicht mehr gespielt, aber bestimmt trotzdem gut sein. Da kommen Liebe an die Top-Seite. Ihr kriegt die Counterpicks. Wir haben letztes Mal auf Red-Seite beide Solalands geblindpickt. Ich sag mal so, das war nicht so geil, ne? Ja, aber niemand wusste warum, weil es war ja gar nicht nötig eigentlich. Ja, das war nicht so geil. Also... Wir haben Bock gegen den Counter-Seiten trotzdem nicht gewonnen, ne? Ja, ich erinnere mich. Wir picken jetzt Mitte oder Top und banden halt zwei No. Wahrscheinlich einfach Hawaii oder Oriana und dann zwei Bands. Direkt so. Mein Play? Ja, Freddy könnte nicht widersprechen, also... Ja, er kann einen Chat schreiben, ob er jetzt agreed oder sagt. Auf gar keinen Fall. Bloß letztes Mal hat ja Freddy gesagt, er will, er kann Hawaii in Addis blinden. Ich würd schon gerne gegen den Fiora, Top-Line-Spieler, Ten-Stick haben einfach. Wait, da ist Ekechi der Galio. Du sagst euch, der ist gut auf Galio. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt spielen soll. Anivia, sie oder Hawaii? Aha. Was? Da ist ja keiner geil. Ja, Nibia, cool. Da musst du wissen, was das beste Match-Shop ist. Okay, mach'n Call, was für Gianna willst du raushaben? Was spielt denn der sonst? Er spielt das, was du spielst. Ah, haben wir schon gewarnt. Also, der muss jetzt schon noch einen AD-Jarren haben. Er spielt Wolli-Bear. Mach' mal Wolli-Bear raus. Wolli-Bear raus. Ja, Wolli-Bear raus. Ich würd fast sagen, wir müssen auch überlegen, welche Champions am Ende gegardio-ultet werden, oder? Also, nicht als Top-Line, keine Camille-Games. Er spielt Malford und Jax, die das in Szene bringen können. Er spielt auch Ornn. Der Striker spielt Amumu, aber ich weiß, wie stark er Amumu ist. Amumu und Gallus klingen nach einem mies-geilen Kombo. Ich glaube, nacheinander Terrible-Kombo. Ich glaube, ich auch Terrible. Ich fand's auch cool. Die haben keinen Damage mehr. Wirklich kleinen Emerald-Hasen finden das gut. Ich bin noch nicht mal Emerald. Du bist noch nicht, noch nicht Emerald. EIN GAME OFF! Du bist bei K. Du bist bei K. EIN GAME OFF! Ich bin Handless Support Man, lass mich in Ruhe. Du hättest heute mit First-Time-Katharina sehen sollen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das gewonnen hab. Was ist dein letzter Bann? Waren wir Fiora? Waren wir Vayne? Oder haben wir noch einen anderen Jungle-Bann, den wir brauchen? Wer pickt zuerst? Die oder wir? Wir. Wir können gerne zwei Jungle-Bannen. Tenth-Pick Top-Line. Gib ihm, wenn du noch einen Bann willst. Lilia spielt er noch. Bel-Weth-Jax. Lilia raus. Wenn du nicht sagst, der ist so das Spiel. Lilia raus. Ja, gut. Ah! Ich war zu spät. Ich war zu spät. Ich war zu spät. Ich sag's euch, die picken jetzt Bambi und ficken unsere Eltern. Soll ich Bambi picken? Okay. Wukong-Bann. Was heißt Wukong? Tja, ich weiß auch nicht, was sie von mir wollen, ne? Wiego. Also, ich hab keine AD-Champions mehr. Ah, ist auch Ben. Ich könnte in Nocturne gehen, aber das ist terrible. Ja, und was ist, wenn du eigentlich wirklich einfach Lilia pickst? Oh, was können die Nocturne gehen? Sech terrible für uns. Was ist das? Stimmt, Nocturne. Nocturne würde es hacken. Ja, dann hau ihn doch raus. Das ist auch kacke. Jetzt hau raus, hau raus. Hau ihn doch einfach raus. Vor allem jede Woche sagen wir, fuck, Nocturne ist so broken. Aber wir denken nie daran, ihn doch mal selbst zu spielen. Stimmt. Wir sind nicht nur broken, wir sind bloß scheiße. Jaja, aber die sind ja auch nicht besser. Leider auch true. Facts. Aber trotzdem kommt gegen ihn nicht klar. Also, was soll man machen? Ja, das ist die Bellweb. Ja. Ich hab doch gesagt, Bambi ist auf Killermodus. Hey. Oh, wenn die jetzt Bellweb von den Ecken gehen. Aber schon keine AD-Heavy-Draft dann, no? Dann wird unser Popo oben wehtun. Dann ist Funfact Varus sehr, sehr, sehr stark. Aber ich bin sehr, sehr nicht so gut gerade. Also, gut dank euch. Sehr, sehr nicht. Jetzt auch mal den Pantspicker bei uns im Toll gehen. Koch was raus. Ja, aber ich weiß nicht, was ging Gragas. Er hat Arturs gebannt. UGG. Ja, mach mal, mach mal. Gragas ist fucking broken. Ich bin momentan auch auf vielen Statistikseiten und Gragas gewinnt gefühlt jedes toplem Matchup auf dem Papier. Olaf. Uga ist auch sehr gut hier in der Draft, tatsächlich. Olaf klingt auch nutz. Nein, nein, mach actually Uga. Ich bin guter Uga. Schau mal Olaf gegen deren Team. Ja, aber guck mal, Uga gegen deren Team. Ich bin besser Uga als Olaf. Gib mir Uga. Ja, gut. Ey, Olaf sieht actually insane aus. Olaf sieht insane aus. Aber ich traue ihn einfach zu locken. Das Ding ist, wenn er rein eht, kann ich ehen und ich gewinne. Wir haben einen 2014 Draft, sagt mein Schatz. Das ist tatsächlich nicht falsch. Das ist nicht falsch. Ja. Ja. 2014 Draft, ey. So, jetzt wo wir Zeit haben. Am Wochenende ist Aram Clash. Wer von euch hat da Bock drauf? Ich weiß es noch nicht. Es ist irgendwie Samstagabend 22 Uhr oder so ein Shit. Das ist nach LEC, da bin ich auch ready. Und wie lange dauert das? Freddy schreibt, ich bin voll dabei. Ja. Ich will so ein Sponky machen. Ja, die Idee von Toni Tunsen, das heißt, wenn alle Bock haben, muss sie sich was Neues suchen. Dann machen wir es vorhalb ziehen. Oh. Bruh. Oh mein Gott. Also das hat sie von sich aus gesagt. Okay, ich habe das jetzt nicht. Ich würde es nie einfach so sagen. Ich versuche es noch gerade zu probieren. O7 in den Chat für Toni. Die gefallene Schwester. O7. Ey, mach mal ein bisschen Invades. Wir sind echt pretty strong, Noah. Äh, ja. Also, meinst du Grappthorn Invade oder meinst du... Also sowohl Late Invade als auch. Also ich bin Level 1 Turbo-P. Wir können Jit, Belwef, Late Invade, Topside. Wir können Botside Invaden, wenn ihr Wards braucht für irgendwas. Ja. Wie viel Geisterung hält sich in Grenzen. Wir sind Redside, Argorin, Redside. Wir sind Redside. Okay, dann ist Grappthorn Invade gar nicht da. Wo ist der Kaffee, Argorin? Die Grappthorns sind unten. Wo ist mein Argorin mit Kaffee? Nee, also der... Aber nicht über die Uhrzeit, ne? Der Koffein-Gurin war im Brutkämpf schon manchmal auch scary. Dann ist auch Schluss mit Schlafen. Für heute. Hm. Nur um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Wir haben alle unsere Streamingzeiten quasi vernachlässigt, also nicht unsere Streamingzeiten, aber unsere Zeiten vernachlässigt, damit du jetzt heute spielen kannst, Tolkien, ne? Ach, scheiß. Das tut mir leid, Bro. Ich erwarte mindestens ein 5-0. Du musst das so sehen, du streamst ja auch lieber, wenn nicht NEC läuft. Also... Mir ist das eigentlich scheißegal. Aber... Okay, strong. Aber ja, Armin, ist tut mir leid, aber ist halt einfach schwerer zu planen. Ja, kann ihn, ne? Dann huck mal hier hin, bitte. Okay. Ich kann halt jeden anderen Tag bis halt auf drei. Vier von drei. Vier von sieben. Vielleicht, weiß ich nicht, woher kommst du auch rotieren? Ich komm auch. Aber steht der da? Haben wir ihn gesehen? Wenn der nicht da steht, dann lauf mal... Oh, oh. Also auf der oberen Seite läuft's einfach durch, ohne nichts zu zeigen. Ja, dazu ist es abgefahren. Ja. Was passiert? Bist du Fistbump? Ich mag diese Senna Kenchlands nicht. Hm, die sind stark, ja. Ich bin nicht schwach. Ich würde sagen, Varus ist ultra gut dagegen. Ja, aber das Ding ist, ich bin halt nicht... Du kannst ja nur Extended Fights spielen. Short Trades verlieren wir immer. Aber ich bin nicht tanky genug für Extended Fights. Ja. Du spielst ja mit Depression-Bröki, ne? Also ich werde das hier nicht alles forcen. Ja, mit Platin-Variety-Android-Arcani, also... Wie viele Ausreden hier im Chat sind, ist ja verrückt mit euch. Es geht schon genau los wie letzte Woche. I can't believe it. Warum? Ich habe heute auch Level 1 den Hook gemacht. Also schon wieder bei euren Rewards raus, oder? Nein, 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 nein. Nee, noch nicht. Hehe. Ich glaube, der hat oben angefangen, ne? Aber... War okay. Ich laufe mich dann raus, aber... Don't really care. Er fuhr... Da hinten ist auch noch einer. Wie auch immer der da hingekommen ist. Oh, ich bin gerade richtig wach, das ist geil. Okay. Ich auch. Hehe. Ja, ich glaub dir. Ja, ich wünsche euch gleich viel Glück, ne? Dankeschön. Huh. Ja. 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 Ich sehe schon die Prep-Mir-The-Wave schon sehr gut. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht so schön aus für euch. Mittag hat euch... Aber Mittag hat zumindest keine Pro. Ähm... Ja, wir spielen da rein, oder? Ja, natürlich spielt ihr da rein. Wir... Wir... Wir punishen unseren Jungler dafür, dass wir verkauft werden. Dum, 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 dum. Der... Ne, passiert gar nicht. Ne, passiert nichts. Okay, ne. Die trauen sich nicht. Ich glaub, die wissen noch gar nicht, wo ich bin. Die kleinen Doofis. Es gibt jetzt natürlich die Welt, dass ihr jetzt von hier irgendwie Doppelkrabbe macht oder so. Ist die Sender die Base? Ja, ist sie, ne? Weil jetzt haben wir auch den Minion... Na, aber die... Was war die Frage, Tolkien? Also du hast Angst, dass sie damals gerade macht. Also ich sag, Toplane mit anderen Worten oder wie? Mh, die hätte auch jetzt Base... Also die hätte auch Base sein können und jetzt schon wie schon oben sein können, jetzt gerade an der Kabel frisch, ja. Ja. Weil ich hab Preju, aber ich bin nicht unbedingt OP. Geist halt keiner da, doch. Also ich würde actually gerne dieses Zeug hier machen. Mach da den... Und der Wave Slowpush. Und spawnen. Nicht die Drop, sondern den Dragon. Ja, ja. Wir haben den Slowpush. Wenn ihr sehr Slowpusht, dann... Also mit der Wave zusammen, glaub ich, passt das sogar. Oh, ja. Wenn ihr das schafft. Kann klappen. Diese Sekunde noch. Ja, dann spielen wir das aber so, dass wir tatsächlich den Dragon pullen, okay? Wir wollen das nicht unbedingt zeigen. Äh, ich glaub ich bin viel zu laut zum Drag machen, aber... Na, wir haben schon eine sehr dicke Wave. Die sind schon eine Weile beschäftigt, ne? Kannst du nochmal ein Gate spielen, oder? Say no more, brother. Ha. Es ist aber gut für unseren Dragon Kaws. Ja, dann haben wir es... Dann haben wir es gerne gemacht. Nicht toll. Wowie. Weißt du, du kannst jetzt in der Botlin eh nicht mehr hingehen, weil die Wave schon weg ist. Also du kannst jetzt direkt zum Dragon kommen. Sehr gerne. Und mir helfen. Hat der Kench dich angefrasht? Ja, hat er. Ja, die macht wahrscheinlich gerade die... Wollen wir zu Grubis noch laufen? Oder? Du kannst gerne hingehen. Ich glaub ich kann ihn alleine. Ja, ja. Du, ich werd... Ich krieg das for free. Ich krieg das for free. Du kannst mit Freddy easy contestant gehen. Es ist halt... Tam wird auch da sein, aber Tam hat keine Sums. Er ist doch schon raus. Er ist doch schon raus. Er ist gecrashed, ne? Er wird Senna da sein. Denk ich. Ähm... Halt das mal warm, Karne. Ich komm gleich. Ja, egal. Er ist aber ziemlich low. Auch die Krabbe und so. Alles, alles warm halten. Ich komm mal. Haben uns denn aber auch rein? Nichts abgeben, Karne. Nichts abgeben. Nichts abgeben. Nichts abgeben. Nichts abgeben. Wir haben unseren Tolkien abgegeben. So. Er hat das Kragas. Rollend und da war der Bälle hinter mir. Ähm... Ich mach das mal. Könnt ihr mich wohl diven? Schon, ne? Äh... Jungle Flash? Ja, ich muss recallen eigentlich. Aber ich komm da eh nicht mehr. Ja. Neu. Komm bis jetzt rein. Heiler Tipp. Weiß auch selber nicht. Ja, Bröki jetzt auch mal zeigen, dass du... Jetzt kannst du... Oh mein Gott, Bröki. Missklick, lol. Missklick, lol. Der Arme. Bröki! Ja, alles geplant. Alles gar kein Problem, natürlich. Ja, du brauchst nicht hier zu sein, Karne, ne? Ja, mein Recall wurde gecancelt. Von? Ich weiß nicht mehr, von was. Äh? Achso, von Kragas. Hab ich gesehen. Und äh... Mein ADC ist sowieso der beste ADC... World. Also... Ne, find ich nicht. Ja, gut. Ich hab die Zunge von Mardok genau gesehen. Wie ist das eigentlich oben mit Flash? Hat Down, ne? Er ist Down, ist Down. Ich krieg hier sogar vielleicht Level 6. Ich bin nicht... Ein... Ein XP. Naja. Wait, du bist ja zu Meilen, weil der Head im Voraus. Ich bin immer noch happy. Wir spielen immer auch gut dabei. Also wenn der... Face Rush raus hat... Könnten wir eigentlich rein. Ich kann's versuchen zu baiten. Ich hab 20 Ult, aber es ist nicht so einfach. Ja, sieht gut aus. Ja, du wirst einfach Basen müssen, oder? Wirklich? Was ist der Plan? Hast du bekommen? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich glaub nicht, dass er das fighten kann. Wenn ich jetzt Ult schaffe ist... Der Daumen ist schon echt fett. Ja, aber ich glaub eh muss da eigentlich auch raus sein. Ich recoil ja einfach mal. Mal gucken, was passiert. Oh, wahrscheinlich nicht so viel. Oh, ist leider nicht so viel. Ich könnte ja eigentlich mit der Counter ganken. Die hat keinen Flash, die bei Rath. Wenn du ein bisschen überlebst. Da hat er keinen Spells. Ich bin on my way. Easy. Da passiert auch nichts. Hm... Wird ja wahrscheinlich Farb-Recoil. Armin. Echte Emil-Spieler gehen nicht Base. Darf ich jetzt auch nicht Base gehen? Ne, du bist ja auch Married. Ah, ne, Moment. Ah, ich will den Flash ziehen. Darf noch runter rein. Bin ich der Einzige, der Freddy vermisst? Schon. Äh, nein. Freddy Green Club wäre viel geiler, of course. Schon. Hä? Im Sinne von... Ja, ich vermiss Freddy. Freddys Stimme. Die mir jetzt sagt, 37 zuerst als Varos sind grad nicht so gut. Und ich würde sagen, ja. Oder so ein... Ah, warum ist Barrett hier? Ja. Kani. Agorin. Ähm. Ja. Ich geh da... Ja, es ist halt... Botlin ist komplett scheiße. Ich hab zwei Langschwerter. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann mit diesen wenigen Schwertern. Dann auch mal mehr Schwerter kaufen. Kleine Deutsche. Ja, Tam hat jetzt Ult halt. Ich glaub, jetzt ist unten vorbei, oder? Ja, aber das Push zurück ist ja alles gut. Ihr solltet auf jeden Fall nicht engagebar sein unten. Sonst sterbt ihr. Ich glaub, das ist sogar ein guter Recall-Angle, ne? Für uns. Ja, also ihr seid fucked. Ihr könnt nicht rauflaufen. Ja. Dann geb ich... Dann werd ich meine 300 Gold gut investieren. Gut dann. Oh, vielleicht machen sie mit für was. Ey, der Galleot ist immer noch Flashless. Äh, was machen wir mit den nächsten Goobies? Soll ich dafür rotieren? Ich will irgendwas machen, mir ist ein bisschen langweilig. Wie du willst. Das könnte ich machen, wenn sie dafür gehen. Gehen sie dafür? Ne. Auch nicht. Lass mir mal bitte Sex abbauen. Nein, die haben keine Wave. Ah. Ja, dann farm mich halt weiter. Nach der Wave bin ich Level 6. Alter, der ist ziemlich fucked, der ist die ganze Zeit gefreezt. Der hat hier nen Ward, da. Vorsicht. Ja. Dragon in 40. Irgendwas auf Cooldown beim Dragdown? Ah, die wollen, by the way, basen. Okay. Ja, zwei Doh war ein Gedanke. Leider hat keiner von uns geredet. Das hat mich auch geraschen, bin ich ehrlich. Aber wir wussten beide, was das richtige Play ist. Das ist doch auch schon was. Äh, wir müssen den Dragon hier rushen, ohne dass hier base ist. Sonst haben wir sozusagen, ne? Ja, genau. Wir haben nämlich alle Ressourcen verbarten. Richtig. Ja, aber wir haben einen Kill bekommen. Ja, genau. Also wenn wir den Dragon jetzt auch instant bekommen, ist ja auch alles gut. Wir traden den wahrscheinlich sogar. Ja. Gerade drei Menschen voll gemessen. Ja, die gehen Goobies. Äh, soll ich? Die können topgenriven, oder? Du kannst eigentlich, ja. Du kannst machen, was du willst. Du kannst eigentlich auch durchlaufen zu Tolkien. Ich komm auch gleich. Okay. Das ist klar. Das ist ein paar mehr Leute, aber wir kommen alle, ne? Tolkien, wir retten dich. Wir retten dich. Wir retten dich. Rated private Norway, denk ich. Fuck yeah. Ähm, ich geh dann biswoppen dann nach oben und du gehst runter. Tolkien, lol. Ja, ja, es war gut. Es war gut. Können wir für Friederik noch was? Nee, ich hab nicht. Erik ist auch tot. Nee, ist nicht so gut. Ich dachte ich kann, der wäre. Woah, 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 Argoin! Hilf! Fress ihn doch, Argoin. Ah, okay, wie grieft er bitte? Ich glaub ich hatte eine Wiff mit. Kannst du Bot enthalten? Das war gemein. Ich? Ja, warum nicht? Bei der can't TP oder so? Oder? Wann ist der gut? Tom hat keine Ult gerade. Ja, hab ich sie nicht bekommen. Alright, alright, hast ne shoot, hast ne shoot. Können wir den Tarm töten? Du hast Blade, können wir, oder? Ich denke schon. Aber aktuell ist vielleicht der LF-Barm. Ich respekte die jetzt mal nicht. Die ist nicht low. Wer sagt, was ist hier los? Ach stimmt, die sind Jungler. Die sind nie low. Mal bitte. Aber, actually, ult dir mal den Varus. Aber die muss, glaub ich, Botzeit laufen. Der Botzeit ist echt kein schlechter Feld-Toplane. Ja, ist kein schlechter Feld-Toplane. Komm rein, komm rein, komm rein. Der bocht mich gar nicht, oder? Sicher ist sicher. Ja. Was passiert denn hier in der Mitte? Hat der eh raus? Ja. Ich geh Bot-Lane. Good job. Nice, nice. War Blade, War Blade. Jetzt ist Kragas wieder oben. Wird auch tippet. Ihr könnt Bot-Lane geben, wenn ihr möchtet. Ja, möcht ich gerne. Möcht ich gerne. Macht das. Gar keinen Bock auf Kragas, du. Ich schon. Ich bin sehr gut gegen. Stimmt, Hopps. Was? Kann ich nicht einfach... Was war die Frage? An wen war die Frage? An wen war die Frage? Ja, an dich. Warum bist du gut gegen Kragas? Achso. Weil wenn er mich eht, ich hab auch E und ich gewinne. Weil ich kann ja Trissana jumpen während seiner E. Und dann werbe ich über mich und er gewinnt den Trade halt nicht. Hm. Das ist ja cool. Das klingt klasse. Ähm. Da fängt mir bei dem was auf. Ich glaub die sind ein bisschen Magic Heavy. At Karni. Lol. Was? Wo sind die denn Magic Heavy? Na du Tabis hast. Oh mein Gott. Du hast Tabis und Frozen Heart gerusht. Ja, Luke. Siehst du das nicht? Das sind... Das ist ne Support-Center. Und ne... Und ne... Du hast Tabis und Frozen Heart gerusht. Du hast Tabis und Frozen Heart gerusht. Aber siehst du das nicht? Das ist ne Support-Center. Und ein Jugler, der... Naja. Nicht wirklich hier was zu machen. Wer wird von Top-Site? Also ich... Bin ehrlich. Ich find meine Itemisation nicht bad. Vor allem sind Tabis in Lane gegen Tam auch nicht bad. Ich find dich auch nicht bad. Ähm. Ist mit Platin baumann das so? Äh, actually wir spielen Top-Site, ne? Was? Warum spielen wir das nicht? Wir spielen das... Wir rotieren. Wir können auch spielen hier. Rotiert mal hier rein. Rotiert hier rein. Wir können die im River cutten. Die fighten hier? Ja, ja. Mach, mach, mach. Da kommt Gali-Ult, da ist Gali-Ult, da ist Gali-Ult, da ist Gali-Ult. Das sieht man. Wait, man hat's nicht gesehen. Ja. Chillig. Nice. Äh, ich hab jetzt Ulti. Wollt ihr noch was machen, wenn ihr mich tracen? Wir haben noch Ult, ne? Oh, ja, 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 ja. Time hat kein Ult. Time hat kein Ult. Time hat kein Ult. Vor allem war der Split einfach. Ist das denn gebrochen? Rennen. Rennen, rennen, rennen. Scheiße. Hätte ich mal keinen Frozen Hard gehabt. Nee, ich bleib dabei. Ich find die Items nicht bad in dem Game. Ich bleib dabei. Es ist nicht bad. Ähm, wir spielen das noch, oder? Time hat keine Ult. Oh, schöner Interrupt, Freddy. Oh, ich komm hier nicht raus, irgendwie. Ah, nein. Ein fein, oder? Äh, Dragon ist schon 50 da. Ist geflasht auch die bei Waffen. Äh, die Senna ist auch geflasht. Ach, stimmt. Ich hab so'n Kill mit Ult bekommen, weil sie von dir weg ist, ne? Kann sein, ja. Dragon 40. Wie sieht's top TP-technisch aus? Hat Dragon? Nee, der hat die Waffen. Denk Baldwass wohl? Ne, ne? Die war tatsächlich sehr low. Also diesmal, diesmal ist sie nicht, äh, lag. Die war base. Der geht jetzt für mich. Äh, was war denn? Du willst, äh, Wavedrappen für Dragon? Nein, nein, nein. Wavedrappen, dann Mason, aber wirklich stimmt. Komm ich nicht. Okay. Ist auf jeden Fall nicht tot, aber er ist vielleicht low. Ich weiß halt auch, wie wir den contesten wollen. Ich hab Leiste hier, Leiste hier. Ich hab Leiste hier, Leiste hier. Ich hab Leiste hier, Leiste hier. Die move'n jetzt hier schon rein. Ja, Hugs hat Cosmic Inside. Vorsicht, Valve ist top. Oh, die gank mich. Ich muss rennen. Ja, aber wir machen einfach Dragon, oder? Ich bin gerade auf der anderen Seite. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich contesten wir einfach oben, oder? Ja, ja, ich bin ziemlich ziemlich mächtig. Der ist hier drin, oder? Ja. Also ich hab keine Ult, aber ich bin auch mächtig. Ich kommentiere gerade alle ihre Qs raus. Okay, okay, wenn du willst. Ich will das hier reinmachen. Und Freddy, move'n. Alle Qs sind raus jetzt. Sehr nice auf der Map, ne? Wir sind zu zweit unten. Ich move'n, ich move'n. Ich greif's jetzt an. Brücki, ich move'n hoch, ne? Slowed. Noch Mech, ist auch kein Flash. Ja. Die hat Flash. Da kann ein TP kommen. Ich slow hier? Ich slow hier? Die Geist, ihr geht sehr deep, ne? Ich hab sie. Ich hab sie. Dann kann ich reinflaschen, maybe? Ihr seht Galio. Ich flapp, weff, weff, weff. Okay, ist ausgedammt. Oh, meine Q nicht. Die, die Anive ist so ein bisschen. Dann lass sie jetzt Dragon machen. Dann lass sie einfach Dragon machen jetzt. Ich hab den Tor für mich gestackt, Kani. Danke für gar nichts. Gerne, gerne. Okay. Die Ballwerfer, wirklich anleben. Also wir können den nuschen. Ich kann Rikonzipien für Dragon, maybe. Der Tham ist hier rein. Oh, die sind noch an meinem Arsch. Wollen wir hier noch fighten an, Rui? Ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nice. Gut, Anker. Ich komm' vielleicht zurück, jetzt geht's. Wir haben keine Ult mehr. Ich bin gleich wieder da auf Ult getommen. Wie krieg' ich denn diese ganzen random Kills heute? Tham keine Ult. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen, ne? Ja, ich gewinnen auch. Der hat wieder E, der hat wieder E. Okay, aber... Der Flashback ist... Ich bin ziemlich mächtig hier nach wie vor. Ich nicht. Aber ich bin auch schmächtig. Scheiße. Boah, gestern, wenn er meine E-Flash beused ist. Heftig. Dann, glaube ich, jetzt Zeit für den Herald. Wie machen wir Land Assignment? Geht Freddy hoch? Ja. Nee, Freddy bleibt mit, oder? Ja, Freddy muss mir nicht bleiben. Dann gehen wir hoch. Ja. Wir müssen diese Mitte Tor halten. Wir kriegen aber eigentlich direkt den Tor oben. Meint ihr, hat Teamfight dieses Game, oder soll ich Highbreaker gehen? Oder lieber Starex? Wir können schon, glaube ich, Teamfighten. Wir haben bessere Teamfight-Champs. Okay, okay, okay. Dann nehmen wir hier. Kein Backdoor heute. Schade. Kragas hat keinen Flash, wenn der hier langkommt. Mh... Er hat Zeras vor sich, ne? Der ist noch tankier. Aber also, unter dem Töd? Ja, mit raus? Ja, ja, ja. Ich will ihn nur weghauen, damit wir den Tauchung-Freak nehmen. Ich geh recall. Ich geh auf Base. Ja. Ey, die sind alle auf Botse. Ich kann sogar gleich unten. Die hat wirklich keinen Flash. Oh mein Gott. Aber ich komme. Wer ist da? Wer ist da noch da? Ist Tahm da? Nein, der Spot. Tahm und Senna sind noch auf Botlane. Wäre keine eh gerade. Nice. Jetzt langsam. Oh, Brücki hat Recoil. Cancel. Ja, aber ich nehme es zurück. Ja, aber ich nehme es zurück. Dann nehmen wir mit. Nein, nein. Brücki bleibt oben. Ist wahrscheinlich. Ja, Gali ist hier irgendwo. Wir können Toplane tatsächlich killen. Ey, Kragas kein Flash. Ja. Aber können die für Tier 2 durchgehen? Ne, ne? Nein, nein, nein. Könnten doch, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie machen. Der ist kein Flash. Der hat den Ult. Kein Flash. 1000%. Ja, der hat kein Ult. Achso. Ja, der hat kein Ult. Ich glaube, der hat Ultimate. Ne, hat der auch nicht. Keep him crispy, Brücki. Ich laufe durch. Ja, du könnt auf die WFTP in Toplane. Vorsicht. Ja, das kann ich fair. Okay. Schau mal hier bei mir. Ich habe den Gallo gefunden. Ruhigetan. Movement. Fußballgott. Oh, no. So ein bisschen reicht. Gleich Sparrow Space, dann ne? Nice. Boah, ich habe echt schon eben mein Auto gekenselt. Witzig. Doch, na klar. Ich dachte, dein Image würde reichen. I'm sorry. Ich habe so einen Blue-Off zum Verschenken. Ich dachte, das war schon alles auch. Wir wollen den wohl spielen. Oh, Belweb. Der will den smiten. Der hat keinen Flash. Der hat keinen Flash. Nice. Äh, Insta-Nash? Insta-Nash? Granash, Granash, Granash? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, wir müssen hier sind. Ja, natürlich. Ich würde aber für Turn spielen. Wir spielen auch für Turn. Wir machen den nicht. Ich habe 1,8. Also, lass mal hauen. Mal gucken. Aber ich muss tanken, oder? Ja, ja. Du kannst ja Flanker spielen. Ja, try. Weil die haben ziemlich sicher TP's, beide. Jupp. Aber sicher, dass wir den nicht einfach machen? Ja, ich habe keinen Smile aktuell. Wir müssen mal gucken. Die TP'n hier. Vorsicht. Ja, zieh mal durch. Beruhig. Kannst du den finishen? I can try. Gragas, kein Flash. Gragas, kein Flash. Die gehen auf mich? Okay, raus. Wir gewinnen das nicht. Wir gewinnen das nicht. Wir gewinnen das nicht. Okay. Ich glaube, wir kriegen mich nicht. Gragas, kein Flash. Ich glaube auch, dass du fallen willst. Bottle lane wave. Könnt ihr mal rauspushen? Ich glaube, ich gehe sogar B. Ich prob, ich kann es in der Liga. Die gehen immer noch für Bröki. Ja. Die kriegen dich, actually. Mann! Das sind keine guten News. Warum bin ich so ein Hurensohn, Alter? Ich bin so ein fetter. Es ist so insane. Wenn ich mir selbst beim Spielen zuschaue, würde ich kotzen. So geht es mir auch nicht mehr auch. Wenn du Bröki zuschaust, musst du auch kotzen. Okay, sorry. Nein, nein. Der hat viel. Wurki-Argoreen. Nein. Auch unbedingt Amor. Die beiden sind so tanky. Welchen Turret wollen wir bespielen? Bot-Land hierzu? Ja, Bot-Land. Die Bellwave hat gerade meinen Links genommen. Meinen Grump. Die ist ja irgendwo gewesen. Aber zwischen. Ich bin Mitte der Worte. Was ist der Plan? Ja. Ich habe die Piet wartet. Oh, nee. Das ist schon viel länger her. Dann gehe ich schon Bot-Land, ja. Jo. Ja, ich hole den Wrapper, Bröki. Keine Sorge. I got you. Boah, das finde ich ja so geil, ne? Wir haben da oben den Forster gesehen. Der ist einfach richtig Service noch. Ich würde tatsächlich einfach probieren, auf den Galio drauf zu holen. Und ich habe gerade gemerkt, dass er ja gar nicht entkommen kann. Mal gucken, ob der Galio gemerkt hat, dass ich nicht entkommen kann. Ich chill beim Homeboy Freddy. Oh, ich habe jemanden gefunden. Die kommen hier, ne? Da ist Tom. Also, der Bellwave ist Fish Base. Ich glaube, die kommen ja alle aus der Base. Hier ist kein Wort drin. Hier ist kein Wort. Wir müssen definitiv warten kurz. Perkin, ich glaube, du musst gleich ready sein zum TPen hier unten. Guck mal, die sind Split aus der Mitte. Ich glaube, wir können Bot-Land engagen. Bot-Land engagen. Sollte gut sein. Aber Galio hat, glaube ich, Flash. Ich hexte. Ich glaube, ich fahr hier rein. Ja. Wow! Und die hat Flash. War so gut aus. Ich pushe doch immer weiter. Ich pushe Mitte. Die rotieren alle. Achtung. Wenn ich mehr falle, ich bin top-down for free. Ja, ja. Mitte. Ich will Mitte rotieren. Ich pushe einfach, was das Zeug hält. Drang machen wir auf dem Escape. Jo. Ich hab doch jetzt... Ich hab doch jetzt... Da hast du der Top-Lane. Ich reg' dir zur Mitte gleich. Geht der rein? Hilfe. Er geht da drin. Er geht da drin. Freddy, hier ist was. Er geht da mit dem TPing. Juni Mardok ist ja so ein Mad-Lad. Hat der gerade einfach alleine Varos getötet? Ja. Ja. Genau das. Aber ich war schon Low-Height durch Tower-Trinken. Warum? Wissen wir, ob Galio TP hat, oder? Wissen wir, ob Galio TP hat? Ähm... Der... Jemand TPed, aber das war Gragas, ne? Ne, wir könnten müssen abbrechen, ja. Ich glaube, wir sollten Drag-Man... Galio hat ein Zubi. Aber wir sollten zusammen rausgehen, wenn es geht. Oh, was ist denn los? Kann man noch zusammen? Galio hat geflasht. Halt in 3. Oh mein Gott, die Roll. Ich kann dir da nicht helfen gerade. Ich bin ausgesperrt. Uhu. Auf Senna, auf Senna, Luke Senna, Luke Senna, Luke Senna. Wie ist das von Dortmund? Hätte Senna tatsächlich ulten können, ja. Nooo. Freddy hat die alle, no? Ach stimmt. Alle in den Spiel hinten. Alle in den Spiel, scheiß Senna W. Das ist ein klassisches Die-So-Star, würde man da sagen. Aber ich glaube, wir können Dragon Defend, die sind alle Can. Ja, ein bisschen. Also... Okay, das war... Galio-Flash... Belveth-Flash, oder? Ja, ist kein Wort. Ja, ich weiß. Okay, aber du bist... Also, du bist allein. Ja, aber... Ich weiß doch nicht, warum ich hier bin. Ich komme, wir killen die alle. Einfach mal das Leben genießen, hä? Zeug da rüber? Ja, es hat keinen Zerafs. Und wir gehen rein. Und da kommt die P hinter dich. Das ist Grager. Das ist Gal... Ne, das ist Galio. Ja, der Flash war jetzt nicht. Das liegt jetzt auch ein. Uppala. Uiuiui. Na gut. Na gut. Da war dann erstmal mal wieder Scheiße, ne? Wenn ein paar Theome hier und da bekommen, ist doch alles gut. Wollen wir Bot noch halten? Die kriegen leider auch Bounties, ne? Holy fuck. Oh, hier ist noch niemand, der sterben möchte. Wir wissen nicht, wer noch da ist, oder? Noch dreimal da. Okay, gut. Okay, wir sind aber noch an einem Punkt, wo wir... Gleich gewinnen, oder? Ja, das ist einfach wunderbar, definitiv. Joa, joa, joa. Ist noch im Rahmen, glaube ich. Schon der Arc den Ash getrollt, aber ist nur noch... Ist okay, ich weiß. Machst du die Krabbe? Wenn Freddy Liandris hat, ist er insanely strong. Ja, den Blubuff schaffst du nicht. Wahrscheinlich nicht. Wie lange auf Liandris? Ich wollte ja schon haben gleich, oder? 260. Jetzt kann... Jetzt kann... Ja. Agreed, Aggrin, Agreed. Ich will das schon wieder haben, ne? Ja, verstehe ich. Ich wollte auch Blubuff haben, leider. 40, ne? Vielleicht noch Push-Up wird gleich angegriffen, wenn du based. Also... Ich hab keine ult, ich kann eh nicht helfen. Das sind auch ein paar mehr, Leute. Lass Mitte noch eine nehmen, oder? Ist das sowas? Zwei, I thought. I guess so, ja. Seht ihr das da oben? Vielleicht dauert das ein bisschen länger? Ja, aber nein. Nein. Das ist jetzt soweit, jetzt soweit. Ah, die haben immer keine Wave, vergesst. Wir müssen bitte durch, ne? Ja. Ich hab mir gar nicht ruhig. Actually, wir müssen die zum Defender bringen. Wir sollten sogar wahrscheinlich den Gallio, wenn der alleine mit ist, mussten wir den da und ich komme. Sekunden. Ähm. Achso. Wir rotieren. Ich komme leider nicht an. Ihr seht ihr den Typen hier, den Marock? Ja. Ähm. Ja, das ist jetzt auch wieder nix. Ja. Ja. Na, was war damit, sind wir früher Moven, ja? Achso, allgut. Ich glaub, die kriegen keinen Nash ohne Sender. Nee. Ich muss ja auch was nach unten gezogen. Und ich zumindest. Ich habe Amo oder mehr dieses Game? Was würdest du dir sagen? Ah, die sind Full-AP. Ich würde nur Magic Leases kaufen, meint der Angurin. Das ist gefühlt, ich nehme mehr physische Schaden, Leute. Nein, die sind Full-AP. Wirklich. Also, das ist... Aber... Ressourcenmäßig haben sie mehr AP, das ist richtig. Welches Chip savent zuerst, wenn ihr Team fangt? Nee, ich glaube, eigentlich, so falsch ist die Assault-AP. Ist... Ist das Int? Ne, was kann ich machen? Ich glaub, das kann Baritann auch grad nicht. Ich glaub, Baritann ist dead. Ist es da? Hat auch kein Egg, ne? Ja. Boah, ist das Foden los, wie wenn das Game ist. Ich glaube, wir geben einfach mal... Würde ich jetzt sagen... Und... Gruppen mal. Ah, ich finde, nach 10 Minuten Shaden können wir jetzt eigentlich aufhören. Die haben den dann immer noch auf 6K, ne? Ja, das ist... Komm, lass einfach los. Nee, wir starten los. Ah! Es muss noch niemals los! Er lässt niemals los! Oh mein Gott! Nein! Ist das geil! Oh mein Gott! Das war ohne Wischen! Natürlich halt ohne Wischen. Ihr habt ja das Game ohne Wischen gespielt. Ich glaub, wir warten jetzt mal, was Freddy spawnen. Dann laufen wir zu 4-1 auf die Karte in den Mitte-Top-Turm. Ist das geil? Top-Turm? Warst du mit Dragon? Oder ist das schon gar nicht mehr begehrenswert? Er hat mich zugehört. Was machen wir? Du kannst auch auf Mitte shiften, wenn du möchtest. Aber das ist... Ich glaub, so gut sind wir nicht mehr, oder? Dass wir jetzt einen Shift-Play machen. Ich glaub, ich geh jetzt nicht recallen. Nein, können wir auf 5 Mal Mitte gehen. Eine Minute Drake auch, ne? Dass wir mit dem Slow-Pushen sind. Und hier wird über Shift-Play gesprochen. Wir haben die Wave-Pushen. Wir gehen Mitte into Bot. Und er geht Mitte, dann haben wir schon... Also... Ich bin ja gleich da mit der Ult. Ich bin in den Range. Sagst du auch nicht da? Ich würd auch hier tatsächlich... Ich... Ich seh... Ich hoge jetzt einfach das erste Target, was hier rankommt. Engagen. Hier. Hier. Hier ist ein guter Engage. Ja. Bellwave ist ein guter Engage auch, ne? Ich glaub, dass Rainer... Aber die hat leider 7 Blinks. Mach's. Ich mach's Script an und dann... Zack, zack. Ja. Ich geh noch für einen. Die Sender war caught. Äh, nicht die Sender. Sorry. Ja, die Bellwave. Oh, die... Okay, wir holten. Shit. Das ist aus, ja. Das war nicht ich, das war ein... Das war ein Argudin. Sei doch nicht so in it. Wir können fighten, wir müssen fighten. Wir gewinnen, wir gewinnen. Wir haben ein paar, wir haben ein paar. Zum Glück hab ich immer hergekommen. Das ist ein Front-Back-Gene ist das. Ja, mitwerf mehr, wir enden, mitwerf mehr, wir enden, mitwerf mehr, wir enden, mitwerf mehr, wir enden, mitwerf mehr, wir enden. Ich hab hier so eine Sender gehabt. Das ist keine Ahnung. Aber, aber gutes Gespräch. Nice, Team. Gut, dein Geldschirm. Ist dir alles gefahren. Oh, Brocky. Oh mein Gott, Brocky. Die kehlt uns, ne? Die kehlt uns nicht. Freddy ist da. Freddy ist da und er ist outranged. Freddy macht's. Okay, gut, 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 gut. Und outranged sie ihn. Wenn ich... Oh! Oh mein Gott. Wie sind wir jedenfalls aufgestiegen? Wir sind so watched, Leute. Vieles Game, vieles Game, Jungs. What the fuck? GG, wir haben den Tabellen-Ersten besiegt, Leute. Die 12-1, die Loser. Ich kall kann ihm aus dem Match. Die haben noch nie verloren, außer gegen die OG Rentnertruppe, die allesamt watched sind. Lassen aber auf YouTube da. Kuss.